Mahlzeit in die Runde, liebe Zuschauer zum JFD Live Trading TV. Hier Punkt 12 am heutigen Tag und Punkt 12 schießt oder fällt der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken auch tatsächlich auf ein neues Tagestief zurück. Hier hatten wir just den Beginn der aktuellen 12 Uhr Kerze und das deutet sich hier jetzt eben aufgrund des aktuellen Preisverhaltens eine weitere Schwächephase an. Wir haben heute zudem am Dienstag 49 Prozent positive Schlusspreise. Also das ist der einzigste Tag, wo der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken rein statistisch eine gewisse Schwäche aufweist und mit dem just erzielten neuen Tagestief deutet sich eben hier eine weitere Schwächephase an. Zudem, wir sind 37 Pips bislang gelaufen. Im Schnitt hat das Währungspaar hier mit Blick auf die letzten 12 Wochen sogar 99 Pips vor sich, beziehungsweise hier mit Blick auf die letzten 14 Tage sind es dann in Anführungszeichen nur 65. Aber neues Tagestief ist generiert. Wir sind unterhalb des Pivot Points und haben hier oben im Bereich 0,96, 92 auch einen Bereich, der hier, das schauen wir uns gleich auf Tagesbasis an, durchaus auch sozusagen abfedernd wirkt im negativen Sinne. Wir haben auch gestern hier ein Vortageshoch gehabt, knapp über 0,97. Da sind wir heute in der Asia-Session nochmal hingelaufen. Dann der ganze Versuch hier nochmal im frühen Handel, das Niveau nochmals zu überwinden. Hier sozusagen eine kleine Top-Bildung im M15-Chart. RSI ist hier auch schon negativ divergierend sozusagen gewesen. Und das sind natürlich jetzt hier Ausgangssituationen, die grundsätzlich, gerade mit dem just neu markierten Tagestief, jetzt versucht er sich wieder ein Stück weit zu etablieren, aber es deutet darauf hin, dass der US oder gegenüber dem Schweizer Franken das Vortagestief in jedem Fall nochmal ansteuern kann. Das wäre das Niveau von 0,96, 43. Die Average True Range befindet sich dann im Bereich 0,96, 39. Also summa summarum vom aktuellen Level aus gute 30 Pips denkbar, roundabout. Wichtig eben, dass er sich jetzt hier nach unten weiter auffächerter Preis und mit dem neuen Tagestief ist so ein Stück weit schlechte Stimmung auf jeden Fall rübergeschwappt. Wir haben heute aus den USA auch noch einige Daten, Konjunkturdaten zu erwarten. Nichts wirklich weltbewegendes, aber das kann natürlich den US-Dollar hier auch immer wieder treibend beeinflussen. Letztlich unterhalb des Pivot Points bleibt die Intraday-Situation eher bärisch ausgerichtet. Und wenn wir jetzt mal auf den Tagesschart schauen und hier auch das Niveau von 0,96, 92 in Augenschein nehmen, dann sehen wir, dass diese Horizontallinie, diese rote hier, während des gestrigen Handels heute und auch in der Vorwoche hier schon ein Stück weit als Block agierte, als Aufwärtsblock. Der Markt hat es nicht geschafft, per Tagesschluss drüber hinaus anzusteigen. Intraday, Sie sehen es an den Kerzenschatten hier oben, gab es immer mal wieder den Versuch, aber der Preis hat es letztlich nicht geschafft. Daher heute die Möglichkeit innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, den wir hier auf Tagesbasis sehen, dass der US-Dollar gegenüber dem schwarzen Franken durchaus ein Stück weit abdrehen kann gen Süden. Und neben heute der Perspektive in Sachen der Preise, in Sachen der Average True Range 0,96, 40, 0,96, 30, so rund über den Daumen gepeilt, kann es dann sogar, das wären dann hier Niveaus auf diesem Level entsprechend, hier dann sogar noch zu stärkeren Abgaben in Richtung 0,95 kommen. 0,95, 0,85 vielmehr, nicht 0,95, das wäre dieses Level, vielmehr in Augenschein eben hier diese untere Trendlinie des Aufwärtstrendkanals. Und das scheint hier doch ein ganz interessantes Level, welches der US-Dollar gegenüber dem schwarzen Franken anstreben könnte. Wichtig, dass er unterhalb von 0,96, 92 per Tagesschluss bleibt und jetzt insbesondere auch das just markierte neue frische Tagestief weiter ausbaut. Dann stehen die Chancen in Richtung gestrigen Tagestief sehr gut, beziehungsweise über den heutigen Tag hinaus, vielleicht sogar dann im morgigen Handel hier Niveaus unterhalb von 0,96 anzusteuern, was dann wiederum hier eine sehr schöne Situation darstellt, um gegebenenfalls auf den Longzug aufzuspringen. Also Möglichkeiten bieten sich. Ich hoffe, Sie haben ein Auge dafür. Ansonsten die Seitenlinie ist auch nie verkehrt, wenn man sich nicht sicher ist, was denn hier konkret passieren kann. Aktuell hier zum Beispiel sehen wir auch wieder den jüngsten Rücklauf. Aufgrund des neuen Tagestiefs hat aber noch nichts weltbewegendes zu bedeuten. Rein technisch neues Tief, neuer Verkaufsdruck, neue Verkaufsbereitschaft. Also wenn wir uns hier jetzt in der 15-Minuten-Kerze nicht weiter nach oben etablieren, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass wir hier eine weitere Schwäche sehen könnten. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Nachher nochmal zum US-Markt gibt es die nächste Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Mahlzeit, viel Sonnenschein und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss.